Adio! Ähm! Ja genau, das meine ich, ne? Die kommen von der Seite, schubsen mich rum und dann passiert es gerne mal, dass ich in so einem Lavaloch lande. Okay, da hinten ist das wohl gewesen. Schön, das zu wissen. Ah! Ah! Nein. Okay, komm, ich setze sicherheitshalber jetzt schon mal eins ein. Hui! Das wäre auch schön, wenn die mir nicht ständig aus dem Visier wegspringen würden. So, zwei habe ich, glaube ich, schon mal tot. Ja, spring da wieder raus, Clara, komm. Nein, nicht Richtung Mitte. Das wäre nicht so sehr schön. Kletter da hoch! Ah! Oh, du meine Güte. Ja, sehr schön. Wenn man sieht, dass die alle schön langsam auf einen zukommen und man sich denken kann, scheiße, ich werde gleich am Arsch sein. Okay. Nein! Du schubst mich da jetzt ganz bestimmt nicht rein. Ja, Mann! Sehr schön. Ich habe den Kampf gleich beim... Nee, okay. Im Gegensatz zum Ägypten-Level habe ich das jetzt nicht beim ersten Mal, sondern beim zweiten Mal gemeistert. Ist ja aber auch gut. Ich glaube, beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich es einfach gar nicht hingekriegt. Da hat es mindestens zehn Versuche gedauert. Boah. Das war aber vielleicht mal ein Ast. Was? Keine Ahnung. Egal. Ich habe hier jetzt aber auch keinen übersehen, weil die sind hier mir jetzt nicht irgendwie weggerannt, um mich dann nachher von hinten zu erschrecken. Das hoffe ich für euch. Okay. Ah, jetzt kommen wir aber in diese Räume. Äh, ja, ich glaube, ich kann drauf zulaufen, wa? Nee. Die Teile an den... Nein, du sollst nicht auf das Ei schießen. Ja, Junge. Was? Ich habe das Gefühl, die würden über Zeit irgendwie... Nee. Nee, das ergebe keinen Sinn. Ah, nee, was ich gerade sagen wollte. Die Teile an den Seiten, die brauchen sich gar nicht bewegen und die schlüpfen schon. In dem Fall bewegen die sich jetzt, aber... Ja, okay. Eben hier auf der Seite haben die Teile sich gar nicht bewegt. Okay. Ist jetzt auch egal, so. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, wir nähern uns gerade wirklich dem Ende des Spiels entgegen. So, ich aktiviere hier einmal an beiden Seiten die Hebel. Ja, wodurch die Tür aufgeht, aber ich wollte den Raum hier erstmal noch absuchen. Ich glaube, dass das Level wirklich nur ein Geheimnis hatte. Zumindest kann ich mich irgendwie so ein bisschen dunkel dran erinnern, dass da sowas war. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade voll Bock auf Salat. Und wieso ist die Tür zugegangen? Ist da noch irgendwas? Nein. Was sind das für komische weiße Striche, die ich da sehe? Kuckuck. Kann man da hoch? Ah, da ist eine Decke. Gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann das gerade irgendwie nicht so erkennen hier. Ne, komm, lass mal hier das Zeitspiel meistern, was ultraschwer zu sein scheint. Hui. So, nächster Raum. Ja, und wir werden auch gleich willkommen geheißen. Nein, ich will die P-Shirt nicht auslösen, verdammt. Achso, ja. Dann spring weg, bevor du getroffen wirst. Toll. Was ich gerade sagen wollte, scheiße, aber nee, in den Dingern war ja nichts drin. Stimmt, deswegen ist das auch ein Nest, weil... Ach, die bewegen sich ja. Okay, das finde ich irgendwie merkwürdig. Das letzte Mal, wo ich das gespielt hatte, war da ein Bug oder so? Naja, egal. Ich habe gerade inne gehalten, weil genau daran kann ich mich auch noch erinnern. Hier ist irgend so was merkwürdiges in diesem Level an dieser Stelle. Ihr seht es doch bestimmt auch. Da... Da ist ein Hotpent von Lara drin. Oder... Keine Ahnung, da klebt irgend so was. Das hier, das ist Laras Vorderseite. Ich kann das gerade irgendwie nicht zeigen, weil die Kamera blöd ist, aber... Da ist irgend so eine Hose von Lara drin. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob die das absichtlich so aus Humor, aus Laune gemacht haben, aber das sieht auf jeden Fall witzig aus. So, ist da irgendwas drin? Ne, da sind auch jede Menge Hosen von Lara drin. Das macht Spaß, die Dinger kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ich muss irgendwann mal nach einer Internetseite suchen, wo vielleicht irgendeine Erklärung zu diesem Directors Cut, also zu dem Spiel drin ist, zu den Leveln, wo vielleicht dann auch drin erklärt steht, was zur Hölle diese Lara Hotpent hier sein soll. Ah, das ist dieser Raum! Wartet, ich gucke einmal kurz da rein. Jap! Erkennt ihr die Gegend da hinten, Leute? Ich hab's doch gesagt. Das ist nämlich vom letzten Level, die eine fette Höhle. Ich glaube, so hatte ich die Folge auch genannt. Ähm, die allererste Folge von dem vorherigen Level, wo wir in der Höhle gewesen sind. Ich hatte von da aus hier rüber geschaut und mich gewundert, was das für ein Raum ist, beziehungsweise mich auch gefragt, ob das nicht das nächste Level gewesen ist. Und zum ersten Mal in meinem Leben fällt mir das auf. Verdammt nochmal! Ich entdecke auch immer wieder neue Sachen hier in diesem, in diesen Tomb Raider-Spielen. Äh, okay, nur wo geht's hier jetzt bitte weiter? Sind hier Hebel oder so? Ne, warte mal. Irgendwo war hier doch so ein Gang. Irgendwo. Oder muss ich hier irgendwo drauf treten? Damit irgendwas passiert. Hier die Säule sieht verdächtig hoch aus. Und dann halt nicht. Und oh mein Gott! Lara, jede Menge Ersatz-Hotpants. Hol sie dir! Naja, wobei das so aussieht, als wäre Laras Unterleib auch da drin. Also, what the fuck? Als hätte jemand, sagen wir mal Nattler, Laras Unterkörper einfach jedes Mal abgeschnitten und dahin gehängt. Okay, diesen Gedanken will ich mal ganz schnell wieder loswerden. Und ja, ich habe den Weitergang des Levels gefunden. Oh. Das ist ja mal nett. So eine Kammer mit nochmal ganz viel Ausrüstung. Sollte man mit den Vorräten zu Neige gehen? Hä? Ich hatte noch über tausend Schuss. Wo sind die auf einmal hin? Okay, ja. Ach stimmt. Mumienraum. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Aber trotzdem, ich bleibe immer noch bei meiner Aussage, dass man hier einfach übelst viel findet. Ach, warte mal. Ja, ich glaube, das war dumm. Das war doch auch ein Zeiträtsel. Okay, nochmal der gleiche Raum, nur ein schwieriger. Hier ist nämlich Lava löchert rumrum. Okay, ich nehme so einiges, was ich gesagt habe, zurück, weil... Ich weiß nicht, ich schätze einfach mal, dass mein Spiel damals verbuggt war, oder was? Ja, weil die Teile, die bewegen sich, äh... Die hatten sich vorher, wo ich das immer gespielt hatte, gar nicht bewegt. Deswegen denke ich mal, dass das ein Bug gewesen ist. Oh mein Gott. Ja, in den leeren Schlupfdingern, in denen, ich nenne es jetzt mal Eier, weil danach sehen die auch aus nach riesigen fetten Eiern, wo die Teile rausschlüpfen. In denen, wo nix drin ist, ist dann immer so ein komisches Lara-Unterleib drin. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Und das Ding kann man auch nicht aufheben, wa? Nee. Obwohl das in der Mitte vom Feld ist. Ach, die tut aber nix. Na, hör auf, in Standby zu gehen, sag mal. Was ist denn jetzt los? Egal. So. Ja, selbe Geschichte. Und jetzt auf der anderen Seite. Scheiße. Holla, die Wald. Das hätte ziemlich schief gehen können und ich hätte dann den ganzen Scheiß noch mal machen können. Okay. Das scheint mir ganz schön langweilig zu sein, weil hier weniger Gegner irgendwie sind. Nee, aber ich werde, glaube ich, wenn ich mit dem Spiel gleich durch bin, das war voll der Spoiler, werde ich echt mal schauen, ob ich irgend so eine, ja, Seite finde, so eine Tomb Raider-Seite mit einer Explanation... Erklärungs-Dingens halt, was das Level halt erklärt oder das ganze Spiel halt. Oh mein Gott, ja. Man denkt sich hier jetzt, what the... Nein! Man denkt sich, what the fuck, weil da ist so ein Riesenteil, aber irgendwie sind in den Dingern keine Wesen drin. Was auch wieder voll enttäuschend ist. Ja, ich habe alle schlüpfen lassen. Ah, scheiße, vielleicht hätte ich da irgendwo an der Seite runterspringen können, um mir das genauer anzugucken. Ist da in dem fetten Teil eigentlich dann auch eine Lara-Hose drin? Ja. Oder? Ja, das sieht so aus. Was hat es mit dem Level auf sich? Ich will das wirklich wissen. Habe ich eigentlich eben gespeichert? Scheiße. Ich kann es mal ausprobieren. Tempel auf der Kert überschreiben. Jetzt habe ich halt ein Save. Jetzt kann ich den hier nochmal laden und gucken, wo das ist. Wie gesagt, Gedächtnis von einem Fisch. Okay, ja, ich habe gespeichert. Aber ich will mal versuchen, jetzt daneben zu landen. Ob man da irgendwas machen kann. So. Ach, scheiße, das ist auch eine Schräge. Ah, nee, aber hier ist das keine Schräge, ja. Ja, das ist wundervoll. Schade, man kann hier irgendwie doch nichts machen. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Ich kann ja mal versuchen, rüber zu springen. Nee, wartet mal. Das ist noch nicht ganz perfekt. Nein. Ja, so. Nein. Okay, nein, vergiss das hier. Scheint es nichts zu geben. Ich habe auch keine Lust, das weiter auszuprobieren. Schwimmen wir weiter. Und wie es mir ausschaut. Schwimmt Lara aus dem Level raus. Yo, Leute, das war es tatsächlich schon. The Hive, das Nest. Das allerletzte Level von Unfinished Business. Wo ich wirklich echt sagen muss, das kommt mir echt ein bisschen kurz vor. Also, ich hatte das Level definitiv etwas länger in Erinnerung. Ich habe generell beide Atlantis-Level voll lang in Erinnerung gehabt. Ja, wo, das letzte Level, das... Ja, egal. Gut, unsere Level-Statistiken in dem Level. Ich habe 41 Wesen nur getötet. Warum kommt mir alles immer so falsch vor? Ich weiß es nicht. Pickups 69. Wieder mal eine Horde an Gegenständen. Das Level hatte tatsächlich nur einen Secret. Sonst hätte ich mich auch gewundert. Und ich habe 57 Minuten gebraucht. Das sind in jedem Level ganz schön hohe Statistiken, muss ich sagen. Naja, egal. Leute, das wäre es dann mit dem Unfinished Business Add-on gewesen. Ich drücke einmal auf Enter, um ins Hauptmenü zu kommen. Ja, okay. Dieses Spiel scheint tatsächlich keinen Abspann zu haben. Das ist schade. Und ich hätte vor allem gerne meine Gesamtstatistik gesehen. Mann. Naja, gut. Leute, das Tomb Raider 1 Unfinished Business, das kleine aber feine Add-on, wäre dann wohl somit jetzt tatsächlich beendet. Was für mich irgendwie voll schnell vergangen ist, muss ich sagen. Es kommt für mich echt plötzlich, dass ich hier schon am Ende, am Hauptmenü schon wieder stehe. Ich will gerade mal schauen, wie viele Save-Games... Okay, ich habe tatsächlich 91 Saves für das ganze Spiel gebraucht. Also minus zwei oder drei, glaube ich. Weil ich hatte da ja, als ich mit dem LP angefangen hatte, ein paar Test-Saves am Anfang. Ich weiß es aber nicht mehr. Und die Musik ist schon wieder so verdammt laut. Aber das ist ja verbuggt, dass ich da nichts einstellen kann. Äh, und die Controls sind ebenfalls verbuggt. Nein. Deswegen will ich da gar nicht draufklicken. Egal. So, was ich abschließend noch sagen möchte... Ja, dass Tomb Raider 1, ähm... Also, dass generell die ganze Tomb Raider 1-Geschichte so mutig jetzt auch beendet wäre. Ich glaube, nach... Wie langer Zeit? Auf jeden Fall verdammt langer Zeit. Mit Tomb Raider 1 hatte ich ja, glaube ich... Anfang 2018 oder so angefangen. Also, es sind schon fast anderthalb... Also, über anderthalb Jahre schon drüber. Aber, egal. Ich juck mich nicht. Ähm... Ich finde, das Spiel hatte wirklich sehr schöne, prachtvolle, große Level. Also, wirklich in jedem Level waren wirklich ganz schöne und große Gegenden mit dabei. Ich sag einfach nur, die ägyptische Nacht. Das war mein Highlight. Ich glaube, der Tempel der Katze. Das war auch wirklich mein Lieblingslevel vom ganzen Spiel. Das ist ja auch voll die schwere Entscheidung. Das sind ja nur vier Level. Ähm... Ja, das Spiel ist ja 1998 rausgekommen mit der Premiere Collection. Das war im selben Jahr wie Tomb Raider 2. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mit Tomb Raider 2 davor oder danach rauskam. Obwohl hier auf der CD von dem Spiel hier, wie gesagt, eine Demo ist von Tomb Raider 2. Deswegen denke ich eigentlich, dass das noch vor Tomb Raider 2 rauskam. Also, das wäre für mich jetzt logisch. Ist, glaube ich, auch besser so. Weil, wenn Cordy sein zwei Spiele gleichzeitig rausgebracht hätte, dann wäre die ganze Menschheit überfordert. Naja. Und abschließend noch, was ich als nächstes Projekt so plane. Das habe ich euch eigentlich schon mehrmals unter anderem in einem Infovideo spekuliert. Aber, ja, das werdet ihr noch sehen. Ich muss da noch irgendwie schauen mit Testaufnahmen und so, ob das alles läuft. Aber, Leute, ich würde einfach mal sagen, alles weitere erfährt ihr dann halt im Laufe der Zeit. Und ich sage jetzt einfach mal, passend zu der Musik, die gerade auch aufhört. Ciao und bis zum nächsten Let's Play Projekt. Hoffentlich als bald. Und, ja, bis zum nächsten Let's Play mit dir, Laura. Ich freue mich schon drauf. Ja, Leute, ciao.